Hier, Tammtapp stehen. Oh ja, das ist klug. Alter. Das klappt. Nein. Ausrasten. Nitor ist raus. Nitor. Ey, warte mal. Willst du auch Nitor machen? Ja, ja, mach mal die Fakten wieder rein, bitte. habe ich hast du mich als buch gemacht ich habe noch nichts hier keinen schelten mehr gehabt für cool man kann da ja sogar drauf gucken so haben einfach nicht so machen und so müssen sogar noch mehr ja das erstmal noch einmal dreimal was von der verlust verkennt man weiß ich aber wie kann ich jetzt das zaubern das habe ich nicht verstanden kannst nitor zwei eisen das umwandeln ja schon was sie da brauchst am zauber das musste in den kessel werfen und dann mit dem zauberstab rechtsklick machen auf den kessel und dadurch kannst du zaubern das sozusagen der hexenkessel warte mal ich kann haben wir ein metall erz und barren in der eisentruhe hinter den öfen einfach so reinwerfen so richtig so mit kuh ja das so richtig okay irgendwie habe ich was gemacht aber es hat nicht geklappt muss man immer wasser rein machen ja jetzt mal wieder neue wasser rein ja er wird ja noch mal rein bitte und noch mal wieder wasser und werft den ersten macht dann was auch ein ein muss erst wasser rein machen das wasser muss so ein bisschen brodeln sagen es hat aber nicht getroffen also doof ist nicht reingefallen geht doch weg da jetzt ist der kessel heiß jetzt hieß er blubbert sie drin jetzt hast du was reingeworfen ich habe das gerade gemacht ja du musst in dein buch gucken ja das steht auch drin siehst da steht auch die mischung unten drunter karkos metallium ja steht wie viel du davon brauchst und da musst du gucken wie viel metall zeug auf dem ding ist das heißt aber wenn du schiff drückst und auf ein item gehst du auch eine zahl dann zu nehmen das ist ja aber dann das ist ja voll unlogisch machen wir noch wasser rein bitte ok ist schon das heißt ja dass das funktionieren müsste wie viele acht das sind ein gold barren toll ich habe auch einen gold barren reingeworfen ein gold barren oder ein silber barren ich brauche feuer tnt ist ein bisschen feuer macht rein tom aber ich ist schon wieder auf probieren ja ich werde dann ab jetzt aufnahme pause machen nächsten video gibt es dann auf jeden fall erstmal was die hier noch alles gemacht haben ich bin gerade echt zu müde ich kann jetzt nicht mehr ich gehe jetzt ins bett ja auch gute nacht Leute und fürs spaß noch und ja auf jeden Fall tschüss guster die üben bei der ganze zuckerrohr hätten doch so viel ich habe das von einem krass genutzt wie weit geht die zuckerrohr fahren mittlerweile ja ich habe ich habe hier und die ging schon die ganze Zeit bis dahin Tom ich kann ja noch verlängern wird ne ich will erst mal Buchstel stelle aus alle bücherregale ich würde sagen dass wir auf Händen gehen dass wir ein Alltag wirst können wir machen Armin brauchst du dafür bücher oder bücherregale Armin ist gerade auf k das ist gemein bücherregale was für eine stunde in etwa habe ich noch Platz zum aufnehmen wenn ihr auch müde seid können wir auch gerne einen Cut machen na hatte ich doch ein bisschen gerissen das soviel Tommel ich habe von Anfang an gesagt dass wir bis drei aufnehmen werden Ella kommst du mit ins Bett Tom? wir brauchen Strom nö doch aber notfalls kann ich auch noch aufnehmen ich habe noch 500 Gigabyte auf der extern ich hätte auch noch einen externen aber meine ist buggy okay ähm was würde man jetzt erstmal machen hier noch so Solarpanel Ding und sowas ja wir brauchen echt noch mehr Solarenergie da Water Solarpanel wir brauchen einen Generator die großen Klocke und die Klocke Ding und sowas weil wenn du RE Batterien brauchst sind noch welche drin ich habe da zu viele gemacht von äh Ella wenn hättest du die Portalgun könnt die Kisten auch so bewegen ohne die abzubauen ähm wieso ich will ja den Inhalt im Inventar haben damit ich sortieren kann ach so aber die Kisten könntest du rein theoretisch auch umlegen du kannst mit der Portalgun kannst du Items aufheben so zum Beispiel auch äh ja den Crafty Table Bett und sowas kannst du alle aufheben und dann woanders entstellen darum kannst du damit auch Mobs Spawner zum Beispiel äh ja das ist mir schon klar dass wenn du unter so ein Ding so ein Teil setzt dass du dann nein du kannst äh Gravity du kannst da wirklich die Blocke in die Hand nehmen sozusagen wenn du Portalgun hast ach so mit den komischen Gravitationsportal Dings Viecher ja 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 hab ich schon gesehen jo äh brauchen wir wieder gleich als Nussverschuldung aber er braucht wirklich Bookshelves ne ja äh Tom soll ich Kürbis machen? Kürbis vorm schnell machen? konntest du machen Bücherregal so ähm brauchen echt viel mehr Zuckerrollen äh Ella hast du in irgendeiner Küste Erdolz drin oder so? ähm hab ich im Moment in der Hand da kannst du mir mal geben äh ja ja wenn ich will jetzt hier ab haha ich bewerfe dich mit Erde oh jetzt klub 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 er stuhlst du mich an ach oh Lacka ja oh Lacka oh Erdbart oh kann ich das nicht aufheben? oh kann ich das nicht aufheben? oh stimmt der Kessel ist heiß ah jetzt und nun delay oder so danke und ja ähm ähm ich mag Füße äh kleine Info so auch äh kannst ja auch Armin sagen ne wenn er da ist und so äh ja wenn das hier brennt ne nicht wundern das ist normal äh wenn ja auch spielen möchte oder so dann müsst ihr einfach gucken ob Brian oder ich online sind weil ich doch gerne möchte dass mindestens einer aufnimmt also dass wir immer sehen was für Fortschritt wie gemacht wird und so okay also ist eigentlich egal wer von beiden da ist nochmal auch an alle Zuschauer ne ihr könnt das natürlich auch alles bei Brian sehen und wenn bei mir mal was nicht kommt weil die irgendwas machen und so könnt ihr das auch gucken wer legt Eisenerz in den Electric Furnace was wo? tut das Eisenerz in den Macerator dass da Iron Dust rauskommt hä wo lag das da drinnen? in den Furnace da oben drin Furnace da oben drin was? ja Furnace hier der ne hier ist der Furnace äh wo hab ich meine Sons? ja der Ofen der elektrische Ofen da warum legt man das da rein? weil dadurch äh guck da aus einem Eisenerz kommt zwei Eisendust ja ja nein ich meine ja das ist in dem Macerator drin ist ist mir klar ja da kriegst du aus einem Eisenerz zwei Dust und dann kriegst du da ja das Eis und irgendwann hat da Eisenerz reingepackt ach so okay darum äh äh alle Erz in Mace Raider am besten aber okay Armin du brauchst das Book Self ne? mhm wieviel Bücher hast du noch? keins ich hab alles weggelehnt haben wir da irgendwo Bücher denn? äh hab ich das ist mir noch nicht aufgefallen anders wieviel Bücher brauchen wir in etwa? viele drei ne? für einen Book Self mhm aha haha das Problem ist äh ähm ich hol mal Kakao schon die Bücher müsste eventuell jeder machen wenn man das Archivement haben will ich brauch mal Kakao ja scheiße das ist Archivement du machst ja halt dann selber ja ich bin echt süß genau ich wollte ich gar nicht mehr klicken warte eigentlich ja darauf dass das Zuckerrohr fertig wird hier Kackteil nee äh wir haben richtig viel Kakao schon grad ja ist auf Kakao eigentlich auch der äh Aspekt von den Samen drauf äh ja ist drauf das ist voll gerne indem wir Kakao wohnen dafür weil die kriegst du auch ohne Ende ich pflanze grad wieder an die Bäume dran ja den Rest kann ich nicht geben ohne Ende davon haben ja die Bäume die rechnen schon nicht mehr dafür ja dann müssen wir eventuell nochmal in den Dschungel gehen ja ein bisschen davon das ist jetzt davon nee habe ich nicht kann sein dass welche in der Kiste sein wenn wir stehen da gebe ich zu schnell ja komm noch mal wir haben ein paar Sachen hier und dann habe ich jetzt die Möglichkeit nein ich kann die Sachen nicht einfach verschieben ne ja im Moment geht es nicht so wenn du die Porte dann hast kannst du das machen ja dann sind die Portale weg oder nein du kannst auch mit Items durch die äh Portale gehen musst du nur gucken wie man das anmacht ich weiß es nicht genau ich glaube wenn du ein Mausrad klickst du musst du Armin mal testen Armin kannst du deine Portale achso du hast ja zugehört weil damit kannst du auch Sachen aufheben mit dem Gravitationsteil musst du einfach mal testen wie das geht eventuell geht das sogar auf G glaube ich wenn du G drückst und die in der Hand hast für Gravitation sag ich jetzt nicht ja wieder diesen Scheiß Ähm Ella warum ist ein Brändchen und Essen in einem Zombie drin Hups Omnomnom Lala Lecker Schmeckt bestimmt gut Psst Guten Hunger Ella Haben wir noch ein Eisenerz irgendwo äh ein Eisenbarren meine ich ja musst du gucken wir müssten im äh da hinten im Teil drin sein okay okay das blubbert ja ne aua 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 es tut weh ist da irgendwas drin ne wo ist das halt so spitz wollen sein haben wir schon welche haben welche Solarplatten hast du genommen äh das ganz normale Solarpanel äh da gibt es vier bei mir ja es gibt Solarpanel Low Voltet Solarpanel Medium Voltet Solarpanel und High Voltet oh man ich hab was discovered aber ich kann ich kann record your findings warum du musst auch gucken ob du genug hast davon cool das ja eigentlich schon oh ich glaub ich hab einfach nur noch nicht gelernt oh das äh was willst du denn lernen äh ich sehe grad im Buch dass ich das ich will dieses das taunium ignot machen ach du Scheiße das ist ja voll umständlich sein aber im Buch siehts so aus im Buch siehts so aus im Buch siehts so aus als kommt das nach dem äeh was hast du du hast du basic transformation ja ne ja das habe ich silber transformation das habe ich nicht gut dann kommen wir hierhin ja wohin dahin macht davon mal rein also klicken zum tisch hier ja auch noch was damals noch trocken holz doch für einen aber auch trocken sie längst nehmt es ist eventuell den dschungel auch hast du das voll nein drei monstenscheißen da noch aus dem zieht aus dem klinik aus der vermut fälschchen und manche schon wieder aus dem ja genau flexis das ist was anderes der bräuchte eventuell noch ich glaube ich weiß um per pera dingsbums entweder brauchst du diesen strudel oder die diamant vor das das kriegst du jetzt kriegst du davon jetzt ich wollte doch ja silber ist eigentlich nur das silber barren und seeds hast du seeds dann leg mal einfach nur seeds erstmal rein wo ist denn das jetzt alles da oben weiter also diese zwei pfeile brauchst du das ja ja die zwei pfeile genau die machst du voll du kannst auch unten so not den hebel umändern weil du siehst ja unten diese grüne balken achso ja das heißt dass du so probierst also testest und wenn du den rot machst dann benutzt er jedes mal ein item ok also wenn du weißt dass es drauf ist kannst du die items so benutzen ja das hat aber jetzt gerade nicht höher gemacht ja das hat aber jetzt gerade nicht höher gemacht ich habe noch mal was rein ich habe da keine samendinger mehr wir haben keine mehr davon kokoszelle ist immer da ne aber da ist diese diese zwei pfeile teile nicht drauf wieso zwei pfeile teile ha ha da sind die blätter nur drauf wir haben doch noch voll viel zuckerrohr sag doch mal einer was ich gehe mal schnell ab und zuckerrohr vermutlich auch noch auf x ganz viel haben wir Eier ne aber könnten wir uns eventuell nur Farben zu anlegen Eierform Macher Eier 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 also ich schätze mal Ofen brauchen wir jetzt nicht mehr so viel ne dann reicht es für nicht einstehen lassen wir haben ja den automatischen schon abgebaut brauchen wir dann den Steinofen hier überhaupt noch eigentlich nicht das ganze Leder da Leder kann ich eigentlich auch normal dann craften ja ne ja nein wie soll ich das brauchen Eier Erze von Dingern haben wir nicht mehr von allem möglichen Kram doch hier geärztet geärztet Ella die Namen Holz brauch ich wo haben wir denn Holz äh mich habe vor allem verarbeitet das glaube ich 23 gekrackt da Holz ja ähm Holz nehmen wo ist die Workbench da baut ihr einfach um und ich finde mich nicht mehr zurecht so alt 3 äh ich glaube ich baue unser Lager jetzt einfach mal hier über die wie äh 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 wir brauchen noch vier neue Bücher ne ich habe vier Bultenbuchs was ist das von mir Tim das kann ich Tin und Eisen transmutieren transmutisieren ups äh wie macht man das denn jetzt mit dem äh Tim komm mal kurz her hast du das Inventar frei achso äh hier ja hast du einen achso oder hast du schon einen ne und jetzt setz das Ding einfach hin und jetzt Zauberstab drauf boah cool jetzt habe ich nichts mehr freu braucht noch einer Buch hier äh ja bringen wir einen das ein Erfolg bringen lass das doch äh was soll ich damit jetzt machen Tom Zauberstab nehmen und rechtsklick pack mal stein ich habe nicht wirklich Erfolg bekommen es kann sein ja da ist ein Buch da ja das musst du aufsammeln das ist ein V-Mark-Tolium da kannst du die Rezepte nachlesen die du hast mittlerweile siehst du auch dass das riesengroß ist dass das so viel ist ha das war wie Achievements Dingens ähm hast du äh gib mal Ella den Zauberstab ich hab den ähm äh äh Elna wo bist du? da so hast du da ein Buch kannst du jetzt äh draufklicken kannst du auch einfach mal klicken für Brian das Buch teile lege ich da noch ein steine äh ich hab den Zauberstab und ein Büchlein ja der Zauberstab ist Armin äh äh ich hab noch einen dankeschön ich will auch einen machen wo haben wir denn Gold äh äh wo soll ich hier äh stickier wiesen rein machen einen Ofen einfach oder was ja wir bräuchten eventuell ein anderes Teil um das noch zu vervielfachen aber ich weiß es leider nicht mehr wie das heißt ähhhh Tom wir haben krass Strohmangel das glaub mir ich glaub nicht Zealotzchen und Taya BÄM hat jemand noch Fackel? ne müssen wir gleich mal gucken ich glaub ich hab noch was dabei was hast du denn für ein Rezept gerade äh ich möchte dieses Nitor mal machen ich hab rechts neben nämlich die äh wiki dafür auf ja ich hab's auch auf voll der Cheater muss so sein sonst geht das nicht ok ja jetzt brauchst du viel zu viele Ressourcen da ich leg dir mal Fackeln rein ne ich weiß nicht ob die reichen ich glaub nicht ne ich brauch die nicht hier drin ich brauch die nicht ich brauch die in dem Kessel achso du willst das herstellen direkt ja ja oh ah 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 hier dürfte nix drin sein ok Fackeln wie viel Fackeln muss ich nachgucken wie viel ich brauch ähh drei Fackeln ich hab oh ich wollt nicht gucken wenn ich den Tor ich hab so heiss weg damit ich hab Fackeln oh oh die Kürbisse wachsen ich brauch mehr Samen ey ich brauch mehr Kürbissamen stimmt Kürbissamen wenn man äh da muss das auch eventuell auch weil ich will was ich hab da zwei Bräuchte hier kann ich fehlt noch was an was ist wenn man äh Kürbissamen da muss das auch eventuell auch weil ich will was jetzt mal wachsen auf die Kurve so ich hab auch Kohle zwei Stück wo ich hab ich das Recht verplaziert war äh in der in der Mischkiste die was mitten im Weg steht haben wir noch irgendwo äh oder hinten da in der Dingskiste Ohn habe ich gerade alles in der Hand schätzchen im Restaurant zack 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 ok wo ist es hin ich hab was gezaubert aber ich weiß nicht wo es hin ist ich hab's nicht hat irgendjemand der hier gerade vorbei gelaufen ist was ein Nitor im Inventar ne ne warum nicht weil es keiner hat ich stempel wolle jetzt einfach mal als wertvoll ab hast du Nitor in der Tafleucht? nö ne nein so hm okay dann nicht Nitor was ist denn Fraktus? Samen was für Samen diese Samenteile brauchte ich äh ich geh mal Kakao vor Tom diese Pfeile die hin und her zeigen ok dann brauche ich jetzt nochmal 3 Kohle und 3 Cobblestone wo ist Cobblestone? ne steinchen äh überall so jetzt brauche ich noch wir gucken was sind Samenteile noch so dann hier noch abbauen äh wie viel Kakao ist das denn? äh wo gibt's denn noch Samen? ups das ist auch nicht drauf aber ich kann die trotzdem immer abwehren super warm super warm weil man die auch braucht äh ich hab die hier schon ein bisschen von Kurs auch schon nach rechts zogen jetzt ja also brauchen wir eigentlich viel Zucker auch alleine für die ganzen Rezepte ja deswegen ja oh es hat funktioniert ich hab einen allen Lumen siehst du mal ein bisschen herzlich aus aber trotzdem wir brauchen es ja oh cool ich glaube das sind Teile die dir hinstellen kannst die wie so Fackeln sind wow doch nicht was? was war das so? ich dachte im demnächst nur erst mit dem Kuchen was war das? ich hab mich gerade drauf geeignet mit der Kamera was war das? was war das? was war das? was war das nervt langsam das kenn ich da steht sogar dran it's probably not a good idea to throw it against a solid sore face was sollt ihr eventuell's denken geben dann it's a good source of view oh man ich mach das da hin bovau ich glaube er hat dir auch eine Form errichtet? nice wusste ich gar nicht aber eigentlich brauchen wir gar keine automatische weil wie gesagt später wenn mit dem zaubern soweit sind kann man da golems hinsetzen und die das arbeiten lassen ja Tom ist das so schlimm ich gehe einen Meter weg von dem Tres Rakao ist doch nichts gewachsen ja es ist schade dass da nicht dieses Zeug drauf ist wovon da braucht diese Pfeile die hin und her zeigen äh was ist da drauf? ne äh einmal wieder in die Hand und dann kann er wieder zaubern sind die Pfeile überhaupt drauf? ach schade bis dahin ist da links drauf oder was? oh ah jetzt blubbers wenn du mir irgendwelche Items in den Archive schiebst oder gar irgendwas hinter mir explodiert ne? so so basic basic transformation erforscht oder was? oder macht er Dinge müssen? ja das habe ich gerade erforscht ok so jetzt möchte ich ich man ist blubber da einfach weg und geht dann weg ja du musst auch die richtige äh Dings haben ja ich weiß schon äh Tom wo man mit einem Kurs mit einer Achse bohnen muss geht am Scherzen ja geht am Scherzen ja ich glaube es macht mit dem Körbus keinen Unterschied nochmal in der Melone Melonen ist am Rohr wo ist eigentlich Brian hin? schlafen achso ich bin weg da tin tin was braucht man für tin nochmal? ach ja das Glas what the fuck Tom Tom auf dem Kurs ist noch irgendwas anderes drauf hm? ich das letzte mal auf die Uhr geguckt hat eine 12 ich musste Batch hat ähm Tom ähm komm mal kurz zu mir Moment wo ist denn das Glas? wir hätten da irgendwo noch Glas ja guck mal hier auf den Kurs ist noch irgendwas anderes drauf ja die Sekunden Blumen Power Teil mach die mal zusammen und guck mal ob da das Zeug drauf ist ja wirklich guck mal das wär geil ich hab Glas in der Hand jetzt ist es in der random Mischkisten Dings hier drin gesundheit gesundheit ne also ein Sam ist ähm sind diese komischen Pfeilen drauf ähm ähm die so ne nicht die Pfeile eh zwei Pfeiler entgegengesessen Pfeiler und halt ja platt oder so das mit dem Pfeilen ist dann richtig geil da haben wir unendlich davon und davon brauchen wir übelst viel so ich kann das auch wenn das die richtigen sind guck mal ja das sind die mann voll geil wuuuuh Party was ist los? äh Kürbissamen wir haben unendlich äh von den Pfeilen hin und her erteilt das heißt ich muss die Kürbisform große bauen eventuell ja achso das hab ich auch gerade gesehen das 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 mit dem Kürbissamen ist das oh ich brauch noch mehr Dinger haben wir noch mehr Kürbis ich brauch Kürbissamen ja ich hab grad noch 3 Geahntes warte mal Iron Transmission kannst du auch voll gut mit dem Ding hier machen echt mhm klick einfach das macht fertig äh klicken 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 aber ist das nicht voll teuer? was ist denn das Silber? ja Silber brauchst du so gut wie nie Silber ist sowas von nutzlos wirklich äh lass es halt drin ich brauch sie auch du hast noch nicht mal Basic äh du brauchst erst die Basic Teile äh Tom wo bist du? hier vorne hier vorne so das heißt ich kann jetzt Lidohrmehl erstellen ok dann halt mich warum brennt hier den Hinsen? das ist wegen der Lava aber das macht nix kann ich an den Tisch? ja sicher ich find das mal lustig zu brennen du brennst ja nicht mal wirklich ja ja was macht da unten das rote und das grüne was ist der Unterschied? äh bei dem äh grün probierst du es aus also wird nicht unbedingt einer davon weggenommen wenn du das rote machst dann wird da einer weggenommen und dann kriegst du mehr raus sozusagen diese geht schneller du brauchst nämlich nicht so oft klicken na das machst du jetzt gerade ey wieso geht es nicht? was ist das? Taumometer what the fuck? Taumometer ist richtig geil das wollte ich aber gar nicht hast du aber wo ist denn das? irgendwer hat da einen DC Taumometer du brauchst jetzt noch so ein Buch und die Zahnräder was für ein Buch? äh das hier das Buch warte frag ich wieviel Buch wieviel das bringt ja man ich spem das jetzt ok du hast jetzt noch Zahnräder das heißt äh lass dafür dieses Niko du hast nicht gesehen nehmen weil das äh braucht man nie achso ja ja stimmt ich habe es schon gefunden ja ok ah ok äh ich muss irgendwas wegwerfen ja Pumpkin Seeds ich brauch die Pumpkin Seeds sind voll nützlich man Traumometer ah da Magical Detector ja da kannst du das machen dann siehst du auch äh dafür braucht man aber erstmal den Arcan Work Table ist das der hier? ne dafür brauchst du diese Arcan Blöcke hast du kannst du die schon erforschen die Arcan ne ne das versuche ich ja die ganze Zeit aber das funktioniert nicht wo ist Gold? da ne so ähm Gold hab ich glaube ich überneuert ich hab hier noch was dabei ja ich hab auch schon ok ah frag das funktioniert echt nicht an dem Ding ich brauch das brauch diesen anderen Arcan mit dem so ja im afg ok ok so dann gucken wir jetzt mal was wir hier noch so schönes machen können die Samen äh brauchen wir Kürbissamen ach genau wir haben den Kürbis ja abfarmt ne dann können wir die nicht da rein machen shit wir brauchen mehr Samen Klaxsamen stimmt da ist das auch drauf hm sagst du gay strom war weg und so haha also äh internet ging uns das ist natürlich gay ja man wie bei André passiert ist der von denen der Router war gefickt beim Donner ach ja 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 bei mir ist auch noch mal ein PC aus ich so fuck man mein PC nicht das ist der im Arsch und so aber da war nix ja letztens bei mir auch ich war so beim Essen und so bei Oma und so und dann ging bis einmal strom weg alter alter aufzubrennen ich brauch viel mehr Samen ey what the fuck werdet fertig du kackfeld man äh äh Tom 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 wo stehst du da stehst du bleib stehen oh charme 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 schau www schau 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 und ich möchte schon wieder dich ziehen Silbertransformationen das heißt ich brauche noch mehr Samen oh er ist schon wieder auf dem Internet und Lüft ne das ist echt so viele Samen